ErlebnispunkTV Hallo zusammen, wir wollen herzlich zu einem neuen Film von ErlebnispunkTV begrüssen. Momentan befinden wir uns hier in Kalbettran, dem Start des kulinarischen Enderkehrs. Was solltet ihr hier während der Funktion? Zuerst einmal herzlichen Guten Morgen hier in Kalbettran. Das ist eigentlich der erste Stand, den wir von Erlebnispunkten haben. Wir haben hier das sogenannte Frühstücksbuffet. Die Leute haben hier noch die Stande und hier im Prinzip ihre Billetzeige. Und ihr seht hier das Buffet, wo wir hier verschiedene Sachen anbieten haben. Wir haben mehrheitlich heimische Produkte, wie Honig, Käse, Brot. Und das ist eigentlich das, was hier abläuft. Auf der anderen Seite haben wir hier auch noch Rührei, die wir machen. Und dann haben wir innen noch einen Ische-Mehrzweck-Kräum. Da gehen die Leute eigentlich das Frühstück zu essen. Gehen wir uns so mit den Füssenbrief? Es ist ja so, dass... Mittlerweile, am Anfang ist das weniger gewesen. Jetzt gehen eigentlich sehr viele Leute zu Füsse. Weil wir haben eigentlich eine kleine Endgebäude in dem ganzen Enderkehr. Das ist die Seilbahn, was eine kleine Wartezeit gibt. Und dann gibt es einfach ein bisschen konditionellen Zweck. Dann geben wir den Füssen auf M. Man hat die Möglichkeit, das Füssen auf M zu gehen. Dann hat man die Möglichkeit, das Füssen in Richtung der Hälfte in den Schalps zu gehen. Und dann kann man vom Schalter, das letzte Rückteil, dann muss man das Füssen gehen. So, was macht ihr hier genau? Also ich mache hier eine Reine. Ich probiere es zumindest, oder? Für die Gäste hast du einen wunderbaren Bodenwerk bekommen. Und da hast du doch durch etwas reinkommen. Ja. Habt ihr hier schon mal mitgemacht? Ja, ich habe schon mal mitgemacht. Ein paar Mal. Und auf was gefreut habt ihr auch? Oder was hat am meisten Spass gemacht? Ja, allgemein hier zu laufen, weil meine Grossmutter ist von hier. Also meine Mutter auch natürlich. Sie ist hier aufgewachsen. Und ich war hier viel in der Ferie als Kind. Und das gefällt mir eigentlich immer wieder, wenn ich hier zurückkomme. Und das hat mich so ein kleines Highlight im Jahr, mal hier zurückzukommen. Und wieder das Laufen, die Gegend zu sehen und auch die Leute wieder zu sehen. Habt ihr hier schon mal mitgemacht? Nein, bis jetzt nicht. Das ist das erste Mal. Was habt ihr für Erwartungen? Gar keine. Einfach überraschen. Auf was gefällt ihr auch heute? Den ganzen Tag. Es ist gemütlich. Es ist in den Bergen für unsere Unterländer. Es ist eine gute Stimmung. Es gibt gutes Essen und Trinken. Das ist das, was wir suchen. Musik Seid ihr zum ersten Mal hier am Ende der Kirche? Ich ja. Und ich zum dritten Mal. Wie seid ihr dazu gekommen? Also Thürin, weil es seine Frau von hier ist. Ah ok. Dir gefällt es noch bis jetzt? Bis jetzt ja. Sehr gut. Wirklich. Musik Was kocht ihr hier so gut? Also wir hier oben auf. 1900 Meter. Eine wunderbare, feine Gemissuppe. Eine richtige Haus-Kuchensuppe. Ganz wertschaffte. Nur zu empfehlen. Was ist denn da genau alles drin? Also was da alles drin ist, da werde ich jetzt nicht sagen. Weil ich bin absolut kein Koch. Wie lange seid ihr hier schon dabei? Ich dabei bin jetzt schon 10 Jahre. Am arbeiten aktiv. Aber der Keir selber ist schon das 11. Jahr hier. Das war unser Beitrag vom Amdekir. Schaltet euch nächstes Mal wieder ein, wenn es heisst Erlebnisbank TV. So. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020